Willkommen zu Ihnen Ich habe mich direkt im ersten Moment verliebt, als ich es gesehen habe bei uns im Showroom, da hat sich eine Kundin zusammengestellt und wir haben hier wirklich ein richtiges Bikepacking-Monster. Man erkennt es daran, dass hier schon die MV-Gabel dran gebaut wurde, damit habe ich mehr Mounting-Optionen als mit der normalen Augengabel. Man erkennt es auch weiter an dem Oldman-Mountain-Gepäckträger, der hinzugefügt wurde. Dann haben wir hier für lange Strecken von Redshift so ziemlich alles, was man an einem Lenker verbauen kann. Den Redshift-Lenker selbst, Redshift-Vorbau, Redshift-Tape, Redshift-Top-and-Drop-Grips, damit das Ganze auch auf langer Strecke komfortabel bleibt. Wir haben den Kitchen-Sync, damit man die Handpositionen wechseln kann oder theoretisch auch noch mehr im Cockpit montieren kann. Kleines Detail, wir haben hier SRAM Blips. SRAM Blips für die SRAM 4s. Und auch die Sattelstütze ist von Redshift, damit man auch dort bei langer Strecke guten Komfort hat. Richtig spannend, hier die Pedale von MacPad. Das heißt, neben dem Einklicken per Magnet ist auch einfach normales Fahren mit Turnschuhen oder Mountainbikeschuhen möglich. Ja, und wenn man sich nicht ganz einig ist, in welchem Gelände man unterwegs sein möchte, wir haben hier 650B Cross King von Continental 2,2 Zoll. Da hinten gibt es noch einen zweiten Laufradsatz mit Schwalbe G1 Allroundern. Also wirklich an alles gedacht. Ich wünsche der Kundin unglaublich viel Spaß mit diesem Fahrrad und super tolle Abenteuer. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja, was meint ihr? Ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin ein bisschen neidisch.